Kriegt jetzt auch endlich mal was. Weil das Zeug ist eigentlich unten eingetragen. Bei Redstone. Wo ist Redstone? Redstone ist da. Ey, hier geht alles hin und her, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch richtig so. Wedelsteine? Das geht rückwärts. Oder? Das täuscht, das täuscht, weil das jetzt sehr schnell geht. Ja, ja, das täuscht. Weil wie gesagt, ich hab paar Booster reingemacht jetzt. Seine komische Maschine steht still. Hat keine Kohle mehr. Deswegen soll ja auch... Deswegen soll ja auch irgendwann mal mit Strom gemacht werden, bloß keiner kümmert sich drum. Ach, hast du's schon hingekriegt mit Strom? Deine Strompumpe, oder wie? Wer macht denn hier der Strom? Wenn du mir sagst, wie das gehen soll? Was schnauft denn hier so? Für Gottes Willen. Zurück ist am Ende. Ich fühl's lieber süß machen. Kann ich dir sagen. Du kannst mal einen Netter gehen formen. Nee, Netter. Nicht so schwach. Na und, aber da kriegt man wenigstens das Vierfache raus. Von dem, was du normal rauskriegst. Das Spawner funktioniert ja irgendwie nie, das ist Dinge. Dann mach dich schlauer. Nee, das kommt nicht überall... ...monster dort irgendwie... ...verdunkeln. Grobber, Sapling, Trier. Hilfe, Herr, Alter. Was los? Das ist immer wie bei der Post hier, so ein Sortiersystem. Grobber, Sapling. Hau mal da drinnen. Warum machst du das anders? Funktioniert einfach nur das nicht. Oder der war noch drinnen, bevor wir das eingesetzt haben. Könnte auch sein. Kartoffel, kommst du mal wieder her? Du, Matthias, mal ne ganz spontane blöde Frage. Nee, ich brauch's nee. Okay, erzähl. Äh, wenn, sag ich mal, die Gegenstände so schnell sind, kann es dann möglich sein, dass die dann gar nicht in so ein Sortiersystem reingehen? Ja, du könnt rüberrutschen. So will die sein, nenn ich es jetzt mal. Und wieder runter. Ach, was denn in den Kopfhase im Bellen, so ein Rotz. Ja, die könnt rüberrutschen, will ich das mal nennen. Ähm, ja. Ich sehe hier nämlich ab und zu mal die Pflastersteine und Kohleärze vorbeidüsen, die müssten sich aber einsortieren. Ja, ja, ich sage ja, die können jetzt rüberrutschen. Was bremst denn aus? Ähm, ach, wie heißt das? Holz? Ach, Cobblestone, Cobblestone. Das ist ganz, Cobblestone bremst total. Da tun wir immer vor einem Filter hier in Cobblestone rein. Ach, viel zu wenig, viel zu wenig. Was viel zu wenig? Da musst du, da musst du länger machen. Musst du länger machen. Also hier schon mal ein Gelb zu viel. Ja, da müssen wir einfach, warte mal, in der Rohr holen. Gelb zu viel, Gelb zu viel, Gelb zu viel. Hier reicht das ähnlich Gelb, was dort hinten ist. Was? Also, du könntest immer, du könntest immer, du könntest immer Geld wegnämmen. Ja, dann muss ich auch... Viel zu viel. Ey, was ist denn das? Am besten wäre Cobblestone. Was ist denn das für ein Scheiß her? Muss man jetzt wählen. Gib mal es her, ich geh hoch. Was du im Inventar hast. Ja, gleich, warte mal. Lass mich erst mal hier gucken. Gelb hinten raus. Das kann so bleiben. Pflaster statt. Transportrohr. Ja. Die machen jetzt hoch. Torte ist gelb zu viel. Viel zu schnell. Hier vorne das Gelb könnte man drin lassen, wollte ich sagen. Aber lässt du das in der Mitte dran. Dann machen wir halt mal pro Spur hier halt eh ne. Ja. 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 Ich hab keine Türen, das gibt's doch gar nicht. Hast du noch Wireless-Dinger? Stäbchen. Ach, hier hinten ist ja genauso ein Rotz drin. Was soll denn das? Nein, das nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das ist Fressen. Und das brauchen wir auch. Das ist Verteidigung. Das ist Holz. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Ach, hier genauso, ey. Ich geh doch krachen, ey. Dabei haben wir das doch schon. Ich sag ja, das Flöter-System, das ist doch... Krass. Ich hatte da vorhin gerade ja Haufen, äh, Wasserrohrer gehabt. Flösterscheintransportrohr, Wasserrohr. Wasserrohr, hab ich eins. Ich hatte Haufen. Ich hatte Haufen. Ah, hier sind sie. Sind alle angekommen ins Feld-System. Ey, das ist cool. Das ist gut. Hier ist das funktioniert. Nie so wie du das sagst, Kimiko. Funktioniert alles hier. Äh, äh, schämt mich was. Die Opa. Möchte ich das jetzt verstehen? Ja, schau mal hin. Möchte ich das jetzt verstehen? Was zicken ihr euch wieder an? Was zicken ihr euch jetzt wieder an? Zicken ihr rum. Was, wer, wo, mit wem? So. Die Jungs sind ganz weit mit dir rum, das ist furchtbar. Was, mit mir? Ja. Du übst. Ja. Merkst du das nicht? Nee, ich fühlte mich irgendwie nicht angesprochen. Sei froh. Sei froh, dass sei ich dir. Äh, okay. Äh, Dirk. Ja? Dirk, hab ich gesagt. Du bist nicht Dirk. Merkst du. Ja, was ist denn? Äh, die Kiste, die du hier oben hast, in ein Haus. Was ist denn das? Die Büroerzen. Was? Na, was du hier hast? Die bunten Bälle. Das ist furchtbar, wenn ein anderer mit mir jetzt. Mach die mal raus. Mach die mal raus. Ja, die kannst du von uns. Weil die keine Einordnungssystem haben. Die könnten wir doch, äh, von hier aus in unser Hauptlager rüber leiten mit. Die sind so ein Glasfern. Ja, das geht hoch, ne? Ja, und? Da ist das hoch dann halt so mit weg hier. Ja, und? Die gehen drüben überall hin. Da musst du das drüben einordnen. Schien. Und das gleich der Rückseite, das wäre eben die Idee. Ich bin so genial. Nur von Ferschen umzingelt, aber trotzdem genial. Kohle. Wo ist Kohle? Kohle, Kohle, Kohle? Ach, das ist Wolle. Kohle. Wir haben... Äh, nee. Wir brauchen Kohle. Fink meine Schlangen. Macht man da raus Kohle? Hä? Wo ist das ganz so Holz denn? Wir hatten doch Holz. Marble? Holz. Wo ist das Holz denn? Wo ist das Holz denn? Guck, meine Holzkiste. Ach, sei doch ruhig. Hier ist Holz drinne. Hier ist Holz drinne. Hier ist Holz drinne. Wo ist denn der Holz? Hier sind Treppen drinne. Furchtbar, ich. Hier sind Planken drinne. Hier ist gar kein Holz drinne. Was auch hinterm Haus ist so ein roter Brunner? Das Änzigste, das Änzigste, wo Holz drinne ist, das ist in der goldenen Kiste. Den anderen sind kein Holz drinne. Wuss. Guck doch mal. Da sind Treppen drinne. Da sind Treppen und Treppen sind kein Holz. Das ist Holz. Tropenholzbretter haben wir hier. Bretter. Kein Holz. Bretter. Kein Holz. Das normale Holz ist nur mal in einer Kiste bloß. Das war aber so abgemacht. Ja, da kann das nicht Holz, da kann das nicht plus Holz dastehen. Da muss das anders stehen. Ja, da hättest du es anders beschrieben. Komm mal her. Ja, nee, komm mal her. Mit wem redest du? Mit dir. Guck mal in den Ofen rein. Das ist krank, ist das. Guck mal in den Ofen rein, das ist krank. Einfach nur krank. Na ja, wenn du Spaß dran hast. Ja. Und du kannst jetzt noch mehr stecken. Ach, so. Hier stirbt einer. Das sieht ja aus wie ich. Wieso das? Ach, immer geht das schön. Hast du dich geschlagen, du Drecksack? Ja, ja. Ich helse nicht, Dirk. Ich kenne eure Banden doch. Wir müssen... Wir müssen das irgendwie machen. Was? Wir müssen irgendwie Öl raus... Wir müssen Öl rankriegen. Ja, äh, dann wie gesagt, die pumpen. Äh, Dirk, ich fang jetzt mal an, bei deiner Anlage hier hinten. Du kriegst aus... Du kriegst aus... Robberwut kriegst du Tropenholz? Du schließt doch hier von den... Äh, hier... Wir haben da draußen den Thermalgenerator. Schließt doch die Maschine von Matty auch gleich oben an. Die draußen steht, wo du da Dinge mal reinsteckst. Ach, hier den Trill, weißt du schon? Hey, ich werde jetzt hier... Äh, deine Apparatur hier unten. Die will ich ja nicht abbauen. Nein, du... Der Matty will da oben Strom haben. Und draußen, hier, wo der Pegasus steht, ist doch... Du, wir wissen aber nicht, mit welcher Maschine wir denn seinen Strom betreiben können. Also... Wo steht ein Highvolt? Steht nicht da. Wir wissen immer, ob wir so eine Maschine haben für diesen Stromteil. Also, dass wir keine Strompumpe haben. Och, ich komme nicht raus, um mal einen Enderman hier kalt zu machen. Das ist doch... In den Nähter willst du nie gehen, aber so ein Enderman willst du klatschen. Enderman ist natürlich nicht mit der Rüstung. Geh mal, wenn du... Geh bitte, geh bitte mal jetzt dort rein in das Ding, wenn du 20 Schweine im Tor, ich bin ja durchgelaufen. Du, ich war beim Lonspawner. Na jetzt, na geh mal durch jetzt. In-Magier. Und dann? Ja, da siehst du die alle. Die sind gleich beim Portal, alle. Ja und, wenn du dir denn nichts tust, dann machen sie dir nichts. Doch, ich habe so angegriffen vorerst mal, wo ich es nicht getan habe. Ich habe die ja nie immer gehauen. Tja, das sah die wohl anders, da. Das ist jetzt so eingestellt, dass die automatisch angreifen, wenn du jetzt schon in der Nähe bist. Ne. Doch, ich habe sie nicht angegriffen. Doch, die greifen so selber an. Nur mich haben sie zweimal gekillt, deswegen das Ende. Aber ich keine Rüstung hatte. Was ist der Unterschied zwischen Wasser-Water-Source und Water-Still? Ja, äh, ruhiges Wasser und starkes Wasser. Boah, wir kommen schon in den Lampen. So ist ein Skelett bei uns in der Wohnung. Hat einer schon wieder die Brute aufgelassen. Ist doch furchtbar mit euch hier. Ja. Hat der noch Sand? Nein. Was brauchst du, Klaus? Nein, Sand.